ja jö leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von hier ist es dort zusammen natürlich hallo der Kampf beginnt in 10 Sekunden Sraio und Leorick und welche Map? Rabenfürst irgendwas? Wie heißt die Map? Keine Ahnung Verfluchtestall Verfluchtestall genau worauf fragt ihr nach? Teamwelt gefällt mir ja vor allem dass der der Baff bringt schon was aber es ist schwer hinzukriegen und er ist auch nicht ganz so overpowered wie in anderen Maps ich seh keinen unsiebbaren Job auch nicht aber wenn der steht siehst du den auch so gut wie nicht nur wenn er sich bewegt also ein leorick ist unten äh mit mit lanes ein leorick und ein waller und ein ok mit dem vier städten ich habe da schon kann man es auch da und ja so Was kill? Illidan Und Kerrigan von uns ist gestorben auf Midlane Aua 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 Dafür euch Ein Jerudan Ja, okay, der Die sind fähig, doch Seine Idioten Alter Oh shit Oh fuck Ja Das war ein bisschen op Ja Bisschen kann man so sagen Lepidok TDI dann wieder auf Das ist die Schrift Falsch Das ist alleine in Alain Ah, das war alles clever Ah, wir haben ihn gut eingeschenkt Auch diese Kugeln da, weil die machen, dass ich noch schneller respawn Helden Zungt mir Tribut und ich werde euch meine Koste lehren Okay, los geht's Tribut aus Oh fuck that Wer rechnet denn mit sowas? Keiner Alter Der weiß Ja, okay Was ist auch? Was ist auch? Ne, vorher hat er den Mega-Legst Vorüber Schüsse Aber richtig Mega-Legst Und ihm bekommen ja Ja, klar Lass mal. Die haben uns alle aufgehalten und alle haben dann gesammelt. Ja, ich glaube, die spielen aber auch Fünfer-Team. Ja, die spielen alle zusammen. Boah, ich glaube, wir haben Leben gerettet. Das zeigt mir aber echt, als ob die alle fünf zusammen spielen. Boah, die haben ihn getötet. Ja, ja, die laufen auch immer nur in den gleichen Grupps rum. Oh, Achtung, jetzt kommt gleich, hier ist ein Vierer Rush, geh weg. Oh ja, ich bin aber betreut, das ist nicht so geil. Ja, nicht so, ne. Der kommt schwer abbauen. Das ist das. Ja, kann man so sagen. Aber der konnte auch nicht abbauen. Jetzt holt er weg. Alter. Alter. Komm, 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 komm. Den holen wir uns. Den haben wir schon so gut wie sichern. Ja, weg. Ja, ja, ich bin schon da. Alter, wegsam. Ja, lass ihn rennen. Aber jetzt weg. Okay. Äh. Was muss ich mache? Warte nicht. Das muss ich scale besser. Wir haben ja auch schon hard overlevelt. Wenn ich das, dass die als Team spielen, das ist schon traurig. Aber nach dem Vierer Kill grad halten, ne? Ja. Ist halt bisschen. Achtung. Hab ihn. Ah, Waller, steht da hinterm Schild. Ach, dann geh weg, bitte. Nein, 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 nein. Boah. Das ist ein komediatisches Talent. Das ist leider etwas eingeraten. Das ist Waller hinter mir, das gefällt mir auch nicht. Es ist egal, ich besiegt die. So herkommen. Ein Tribut, ne? Äh, hab ich nicht gecheckt. Ich auch nicht. Aber der ist das Spiel. Ja, der ist gerade aufgetroft, der ist. Aber ich hab mich auch erst nicht gecheckt. Achtung. Oh, nee, Waller. Ich bin unterwegs. Und Diablo. Und dann bläst du. Oh, fuck, ich sterb. Ah, du heiliger. Natürlich. Boah. Der will schon wieder. Ah, ich zuck. Zu heftig, alter, zu heftig. Ah, jetzt, ich konnte zwar einholen, aber mehr auch nicht. Okay, top, Verteiliger. Ja. Ich wollte uns erst Illidan ficken. Boah, nix. Ja, aber wer ist Leo-Recruel? Nee, egal. Der darf auch sterben. Wenn Illi dann wegrennt... Okay, jetzt den Tappen, den wollen wir uns. Ja, 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 komm her. Das ist die Ablobe, oder? Ja. Aber ich gebe dir doch ein bisschen Schaden mit. Sollen wir einen Boss machen? Achtung, nee, nee, lieber Mittellane halten. Elidan. Achtung, er hat aufgebaut, geh raus aus seinem Bereich. Ah, fuck this. Alles genau. Oh. Und alle hier auch regt der Wächter. Auch noch da, oder was? Ich hoffe unsere anderen machen zumindest dann was draus, wenn wir hier vier ablenken. Ich hab den Kampf verlassen. Oh, Mann. Also man merkt, dass wir jetzt Level 10 sind, weil es hauen sie alle Zugies raus. Oh, Mann. Ja, also so. Das war jetzt echt alles, wir haben die nicht mehr. Wir haben's. Der kommt weg. Aber der stirbt. Nova. Oder nicht. Er stirbt. Du, liebe du. Oh, ho. Er raged ein bisschen. Das ist praktisch, wenn die Dinger nicht schießen, ne? Oh ja, das ist schön. Ich hab erstmal hier ein bisschen reingerapet. Den hab ich. Gut getönt. Geh weg. Oh, die hab ich durchgezogen. Aber ich kann durch die Wand. Das wussten sie nicht. Der Fluch sei aufgehoben. Bis wieder jemand meine Gunst. Natürlich. Oh, scheiße, Waller. Ah, Waller. Waller ist zu heftig. Oh ja. Für die Horde. Was nimm ich denn? Gabu. Gehen wir. Alle, die bleiben mal mit dran, weil ich gleich wiederbelebt werde und die mich dann direkt wieder killen wollen. Ist doch assi, oder? Ist echt assi. Wir machen den Boss. Mach ich auch verhindern. Ohohoho. Jetzt ist wieder der Boss Wache. Ja. Alleine würde nix. Ach so, nach oben kommt einer, glaub ich. Okay, ich tank jetzt. Neori kommt bald. Aber erst bald. Er ist da. Ja. Und so, hier, auch mal auf die und hier abr 민p. Ja. Auch die Horde. Wobei, der oder hier, ein Kai-Leiter Mann? Oh, er hat. Oh, er hat ein PC-Waller oder- Star is Bolter? drain. Ja, 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 er hat das gemacht, ja. Der geluft. Geluft? Dadă, der r… Ein abgeluft. Wir sollten diese Syrian her, es ist hinz pioneer. Und dannos. jetzt habe ich ein problem ich bin weg warum kann jetzt genau hier scheiß und wie das Geld von Köln Schüttel die Zeit dann läuft ganz ein bisschen und die wussten dass du kommst weil das Ding ist er ist die Mara oder nicht doch die war schon direkt danach aufgetaucht Ich töte jetzt Illidan, Alter. Ja. Aber ich versuche es zumindest. Wer ist dort? Und ich habe ein paar was eingetötet. Ja, oder wir sollten diesen Boss rekrutieren. Festung. Zerstört. Wir sind jetzt zu dritt oder zu zweit? Äh, Momentan zu dritt. Nimm dieses Alter nacheim. Ich glaube, wir sind zu dritt. Ich glaube schon. Jetzt kommt der Tribut, Alter. Ich bin der Tribut. Geil, ich bin getrapt. Ja, komm, lass dir doch machen. Ja, wir sind da. Das war aber total. Ich bin der Tribut. Ich bin der Tribut. Ich bin der Tribut. Ich bin der Tribut. Alles klar. Boah! Aber es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt. Ja, die war fest gedenkt. Achso. Sollt mir Tribut, ich verliere Tribut. Achso, wie fragbar. Tribut. Ja. Eurig braucht etwas Verstärkung. Ich hab hier Illidan. Oh, der ist auch schon gelieft. Ist auch schon nur noch ein Bot. Das war jetzt... Nein, der hat nicht gelieft. Jetzt nicht wer jetzt. Hellcat, eben stand da Illidan einfach nur. Nichts. 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 Zerstört. Balla. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Nichts. 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 Ja. Ja. Da bin ich dann aber auch mal gespannt drauf. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann wieder mit der heutigen Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau. Tschau. Auslast. Taas ich dir. Tschau. Bis bald. Vielen Dank.